hier hinten auch noch mal hier in der ecke hier oder der sucher ja das hat mir gemerkt hier das war letztes mal schon so ach so hier bist du wieder lang bekämen wir doch schon naja was haben wir denn jetzt für eine mission überhaupt den proto töten jetzt durch ballern oder hat das war doch hier dieses hier war ja nicht mal ein kommandant gewesen immer können ja mal gucken hier durch vielleicht durch das durch das halben haus da kommt es runter auf die straße wahrscheinlich muss man kurz gucken naja wir müssen uns wahrscheinlich hier durch ballern da unten ist ein schlecker mit zwei runden ne drohne ist hier diesmal gar nicht oder kommen wir da hinten überhaupt denn müssen wir dann durch ja wir müssen wir müssen wir müssen schon da hinten durch können wir uns gleich mal warm schießen der hund habe ich gesehen gut ich habe jetzt einfach mal ein bisschen leid ich muss erstmal wieder auf die waffen warten geklappen scheiße ey was soll denn hin da warum rennt der denn weg rennt der weg naja jetzt ist er hier hinten naja das ist doch ein lauchmann er hat auch nicht viel drauf ja das ist doch ein lauchmann auf jeden Fall hier oben die kamera noch ok da ist er in der hund weg sprung die vorm links von mir oh der hund machen wir kurz die geste die kamera hier ist ja da oben warum hält die so steckt die so viel ein ne nein unglaublich ah gut sehr gut wunderbar lang stimmt nicht ja Waffe wechseln lieber auf die schmale munition ja tot stark gut das warte schon nimm das hier nimm das hier gut so was ist das hier noch warte mal irgendjemand ist hier noch da unten steht er ah da runter ok ist tot war glaube ich nur der eine dann müssen wir hier durch diese Tür durch war achso so stark ok warte mal hier ist nochmal munition munition oh oh hier war doch ein kommandant wieso die sind schon aufgescheucht wie ich esse sind die denn jetzt schon aufgescheucht hier vorn von ah küsst mich man steigt durch da denk dran wir können uns auch äh unsichtbar machen ja unsichtbar machen ja ja wie willst du der irgendwie suchen die schon nach uns bin einfach da rausgesprungen aus dem fenster kannst aber auch von oben runter springen ja hey du stehen bleiben der ist ja geil der sieht mich obwohl ich hinter dem ding stehe da der idiot naja gut dann nehmt so den kipp von oben drücken decken ok 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 da haben wir in der Giste naja naja oh oh alter links ich bin zu clever wahrscheinlich ne ich bin zu clever wahrscheinlich ne ich hab meine granate da die nervt mich ja die alter ok der kommandant ist tot ich glaube das war der boah oh oh gott ist der natürlich warte mal wo ist denn der ach da hier kommt ein großer weg da ja ja danke ich muss mich mal kurz ein bisschen ja akklimatisierend warte mal ich muss mal kurz ein bisschen boah du Hure ich bin ich bin jetzt erstmal hier hinten wieder ja lass mich mal kurz ich bin jetzt ich bin jetzt tot ich bin jetzt tot ich bin jetzt tot oh 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 voll zerstört den Typen von hinten krass ach hier ist der kommandant ach waren gleich zwei hier so wie das aussieht ok naja gut naja gut wunderbar hör zu Mädels eine sehr wichtige Zielperson hat ein Auto ganz in eurer Nähe geparkt platziert eine Bombe am Fahrzeug viel Glück Schwestern ein Tipp roter das wird wir hier nicht richtig ach hier hier in dem Container glaube ich musst du mitziehen hier mach dann kurz oder da ist ja ein Technerficher drin kann natürlich auch sein ja war ja klar wir haben ihn nicht fröh oh geh doch mal weg alter ist denn hier im Weg sei vorsichtig Robert Ah hab mal die Schrotfländer rausgepackt, ey, warte mal, nimm mal das Laserkraftwerk, Robert. Das ist, glaube ich, ganz effektiv, kein Ding. Oh, den Laserhammer jetzt rein. Okay. Oh, hat der Mächer noch niedergebrannt? Der glich hier tot? Aus seinem letzten Strahl, der da rauskam. Ja, macht auch deine Geste. Ich habe das Blackbox-Dingens gefunden, Jess. Wunderbar, Joe. Wir sollten es zu Dimitri bringen. Ja, das ist die Munition, wäre geil. Return the box. Das haben wir jetzt. Platziere eine Autobombe. Nee, du liest immer falsch. Ja, weil immer das verdeckt wird durch unsere Sprechblasen-Anzeigen da. Ja, deswegen sehe ich immer nur die untere Aufgabe da. Da mit dem Datenschreiber zu Dimitri. Genau. Machen wir das einfach, wahr? Haben wir die Nehmen-Sinn-Erreihe erledigt? Die sind fest da offen? Ja. Ja. Was ist auf die Spinde? Genau. Die Spins... Spinde. Aber warte mal hier, guck mal gleich, ist die Autobombe. Ja. Okay, siehst du, meinte ich ja. Okay, du war einfach. Ich hab da recht gehabt. Ich wusste, ich dachte, das ist hier gleich. Hab ich da gesehen. Ja, klar. Ja. Ja. Okay. Sehr schön. Ja, ich stimme zu. Ach, ich... So, in der Fall, jetzt sieht es jetzt. Ich hab mal so einen Munitionsgewerbe. So, warte mal. Ja, musst du einfach dann die Schrollflinderin nehmen oder so. Irgendwann hat man immer. Oder du schaltest auch diese Fähigkeit frei, dass du die schweren Waffen einstecken kannst. Weil damit bist du schon ziemlich mächtig. 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 Also der Hund ging da schnell runter. Sehen Lebensenergie von dem. So. Jetzt müssen wir Panzer-Hund-Montage machen. Natürlich. Wo bist du denn eigentlich? Ach, da vorne. Hier liegt noch was zu lesen. Also auf der Tonne bei mir. Zumindest hier links. Hinter dir. Die, die... Das fass ich. Jetzt müssen wir mal go to Panzer-Hund-Sermi. Das ist jetzt aber auch eine Nebenmission, ne? Oder? Warte mal kurz. Ich bin grad nicht sicher. Der Proto-Hund. Alles gut. Das hat geklingelt. Gehe zu... Gehe zu Bruder 2. Ist das nicht das... Hatten wir die nicht schon? Ne. Das ist jetzt noch so eine Nebenmission quasi da. Der Sage. Würde ich sagen. Machen jetzt hier go to Panzer-Hund-Sermi. Lass uns zu deinem. Verstehe. Ah, okay. Achso. Bruder 2 ist dann der Turm. Meinen sie dann damit wieder? Oder dieses Gebäude da? Genau. Verstehe. Gut. Victory Boulevard. The Proto-Hund. Gut. Gut. Da war man noch gar nicht wahr, oder? Doch. Sie ist auch ein Russkirch. Okay. Ich habe hier so viel vorgekommen. Kommandant. Äh, la commandante. Jetzt will der Munition am Anfang. Ja. Sehr schön. 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 Schön, doch. Kommandant ist rechts von uns. Okay. 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 Das ist wirklich vom Fenster. Komm schon Keine Bewegung, rühre dich nicht von der Stelle Geht er über mich hier? Der hat mich gesehen, obwohl ich unsichtbar war Der ist ja das Niedergeile, das war, er hat mich gesehen Scheißhund wieder jemand Oh, der explodiert denn hier alles Autos, Alter So Oh, ich hab mich doch gerade gewundert Oh, hier kommen ja noch mehr Oh, ich schieße dir den Kopf weg, du Sau Signal, ach ne, geht gerade nicht, Entschuldigung Bei mir auch nicht, Alter Jetzt, Sir Okay So, jetzt ist mal Ruhe hier Ruhe im Karton Ist er tot? Hurre Ja, ist tot So, wo lang? Da lang, okay Aber jetzt da hinten lang Hier im Bus Im Bus ist noch Munition hier Ja, ich komm gleich vor Willst du was brauchst So, warte mal die Tür Die kann man So, die kann man nicht öffnen Schade Aber da kann man drüber springen Einfach Oh, so Leben Hä? So, hier ist das Leben Ach du Scheiß Was ist denn das, Alter? Oh, Gott Vielleicht suchen wir da lieber den Heimgang Dann nochmal Dann mal Zeit Ja, aber auch Ja, aber wo sollen wir denn hin? Ja, wir müssen hier Ach, hier vorne weiter Ah, okay Ja, hier rechts hoch War Ich würde auch sagen Hier lang Ja, da bin ich sicher Jetzt hier vorne rechts rein Achso, ne Hier geht's ja dann links weiter Ach, das ist immer so ein bisschen verwirrend hier, ey Ja, doch Oder? Ne Ach, scheiße Ne, da ist nur der Kommandant Warte mal Hallo Jetzt ist Hallo, ja Ja, ne Jetzt ist die mal nach Hause gekommen Ach, ne, warte mal Hier Denk ich hier durch, oder? Laut Zeichen Aber da kommst du nicht vor Geht's nicht lang Hä? Ist ja auf jeden Fall Hier unter uns Ah, ja Hm Gott So, du bist ja auch hier Ich würde mal gucken Einen da vorne Ah, ich bin hinter dir Aber ich muss erstmal warten Bis ich mich unsichtbar machen kann Wieder Geben Bock, dass der mich angreift Wahrscheinlich Wahrscheinlich Hallo Oh, sonst Alles okay Ja, ich bin hinter mir Ich bin da an, hier ist Okay Okay Warte mal, oder? Hier runter? Ach, ne Sah so aus Dass man da runter springen kann Kann man nicht Ich glaube, ich habe auf jeden Fall den Weg gefunden Du bist unter mir? Wo bist du denn langgegangen? Na Wieder zurück Ach hier Ach da Da bist du Okay Zum Bunker des Siegesboulevers Gut 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 das ist hier wieder so eine kleine Einmastung, auf gar keinen Fall, da habe ich gleich eine Montage... nein, auch nicht eigentlich ach du scheiße, aber ich habe eine kommunikation wieder mit dem Sturmgewehr oh ne, lass uns jetzt mal auf gar keinen Fall naja, hast du mal nur wieder aus und der kriegt keine schlechte Laune, ey wir können mal gucken, jetzt sind wir gerade bei Bruder 3 ob die da weggeschossen kommen wir haben ja so ein paar Gassen, wo wir einfach flüchten können genau, wir können ja einfach probieren den Fetten da zu erledigen dann nehmen wir halt mal den Haupteingang da wir haben noch drei Leben, das schaffen wir schon ja genau, warum sollen wir das auch so heimlich tun können wir doch direkt nix da werden wir direkt gleich mit dem mit den dicken Waffen auf den einschießen na warte mal, der hat bestimmt wieder so eine Schwachstellen muss ich mal gucken, ob wir die vielleicht erkennen wir jetzt erst mal eine Mission aus jetzt müssen wir die Taschenlampe ausmachen Kugelgewehr was ist denn die Sau ach jetzt sind wir hier unten sind wir jetzt nicht schon auf der Rückseite finderbruder 3 nein, hier ist ein such okay, der Idiot ist tot naja, vielleicht ist hier auch der Schleichweg rechts ist auf jeden Fall ein Mandantenvogel ah stimmt ich glaube, können wir vielleicht hier hoch springen oh, ist auf jeden Fall hier auch eine Leiter ah, hier geht's hoch ah, hier geht's hoch ich glaube, hier kommt gleich in ach, halt, sei leise okay okay, der Idiot ist tot na leider noch zwei der Alarm bitte ah informieren okay, die Drohne ist weg genau ah hier ist irgend so ein Terminator-Idiot gut, wo ist denn der jetzt gut okay okay da gibt's ja süß nicht rein hier unten ist der Dicke hier unten ist der Dicke boah oh Gott, für den Terminator-Idiot oder so wie da ist der Dicke Signal nochmal jetzt so da ist er wo du das ist in der Dicke vorhin ist der Dicke den wir vorhin gesehen haben das ist der Dicke nach rechts und die Scheiss-Kamera aja ost alter, was war DAS denn oh die Kamera da unten, ne die nervt ja. Soll man ein Signal gehen, Robert? Ich hab auch noch mal eins gegeben. Ich müsste jetzt mal einen Überblick verschaffen, ob es irgendwie was ist. Ok, der Dicke ist fast tot. Ah, cool. Oh, was? Oh, was? Scheiße. Ich hab mich ja übelst erwischt. Ich komm reingekrochen. In dem Haus. Krass. Und gleich nochmal Signale. Ich warte erstmal kurz. Kann noch nicht. Oh, der Dicke hält ja so viel aus da, die Sau. Okay, der ist im Arsch jetzt. Oh, der ist sofort. Sehr gut. Und bei uns sind wir noch zu viel weiter. Soll ich mal in der Kassette jetzt, ey? Soll ich mal in der Kassette jetzt, ey? Soll ich mal in der Kassette jetzt, ey? Oh nein. Hier oben ist der schon. Boah, da kommen immer neue Drohnen raus. Ist er gar nicht. Äh, ich bin... Warte. Ich bin jetzt hier reingekrochen. Unglaublich. Krass. Okay, danke. Ding. Der ist immer noch hier unten war. Ja. Okay, danke. Ding. Der ist immer noch hier unten war. Okay, wunderbar. Der ist weg. Sehr gut, danke. Noch hinter uns. Hier in dem Raum irgendwo. Okay, ist tot. Ich bin ganz gut. Ich bin ganz gut.